gerade haben und wir sagen, die Serie heißt Jesus ist. Für mich persönlich heißt sie Let's talk about Jesus. Lass uns doch über Jesus reden. Wenn du so schaust, was Leute reden, wenn sie zusammenkommen, ist nicht immer das Erste oder Einzige, dass sie über Jesus reden und wir reden auch nicht immer nur über Jesus, aber wenn wir über Jesus reden, dann ändert sich die Atmosphäre. Amen. Dann ändert sich die Atmosphäre, weil wir über Wahrheit sprechen, über Jesus Christus, der gekommen ist, dich zu retten. Amen. Amen. Halleluja. Ich starte mit Hebräer 12, den Versen 1 und 2. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Pause für den Effekt. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Denn er war bereit, den Tod, der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. In der Elberfelder Übersetzung steht im Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Halleluja. Jesus Christus, du bist der Anfänger meines Glaubens und du bist der Vollender. Du bist Alpha und Omega und alles dazwischen, Jesus. Lass uns unsere Augen gerichtet haben auf dich, König Jesus. Lass uns heute dich feiern. Es ist Gottesdienst. Wir wollen dir dienen mit unserer Aufmerksamkeit, mit unseren Herzen. Wir wollen zuhören mit unseren Ohren, mit unserem Hirn und mit unseren Herzen. Amen. Amen. Und der Titel der heutigen Botschaft ist Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Halleluja. Und ich habe mich schon sehr gefreut, das heute zu predigen. Ich glaube, ich sage das jedes Mal, weil es einfach wunderbar ist, über Jesus Christus zu sprechen und seine Wahrheit zu proklamieren. Weil ich weiß, seine Wahrheit wird dich freisetzen. Weil ich weiß, wenn du da sitzt und zuhörst, mit deinem ganzen Herzen, dann wird es dich freimachen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich kann nicht so gut gepredigt über Jesus, unsere Freiheit und die Koko letzte Woche über Jesus, unseren Hirten. Und heute reden wir über Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sind eine glaubende Gemeinde. Es ist einer unserer Werte. Wir sind eine glaubende Gemeinde. Wir sind keine, ich zweifle so viel an Gott, Gemeinde. Nein, wir glauben an ihn. Amen. Wir sind eine glaubende Gemeinde. Yes. Durch und durch. Amen. Halleluja. Ja, danke Herr. Wenn ernst sagt, er ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens, dann schauen wir uns doch einmal seinen Glauben an. Weil wenn er der Anfang und Vollender ist, dann ist doch mal interessant, wie ist der Glaube von Jesus Christus selbst? In englischen Übersetzungen steht, he is the author and finisher of our faith. Oder, und das gefällt mir besonders gut, he is the author and perfecter. He is the perfection of my faith. Das heißt, ist der Auffallung, wie viel du darin vorn kommst? Nicht besonders viel. Es ist nicht so viel Leistung von dir dabei. Und das ist die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass von dir da gar keine Leistung dabei ist. Es ist genauso, wie wenn ich in den Zug einsteige von hier nach St. Pölten. Wer will nicht nach St. Pölten? St. Pölten, super. Großstadt. Dann ist von mir nicht sehr viel Leistung. Der Zug bringt mich dorthin. Und so ist es. Wir steigen in Jesus Christus ein. Wir lassen uns mitnehmen. Mit seiner Kraft. Amen. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal seinen Glauben an. Yes. Praise God. Was hat seinen Glauben ausgemacht? Und ich spreche einmal über drei Zutaten, was den Glauben von Jesus Christus ausgemacht hat. Spitzt eure Ohren, spitzt eure Herzen, seid dabei. Die erste Zutat ist die Motivation. Seine Motivation für Glauben ist, die allererste Motivation für Glauben ist, da kommt es sicherlich schnell drauf, ist seine Liebe. Es ist die Liebe. Die Liebe muss immer der Ursprung sein. Denn wir wissen, Glaube ohne Liebe ist was? Toter Glaube. Genau. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Liebe ist besonders mausetot. Da hast du recht, ja. Glaube ohne Liebe ist herzlos. Wenn jemand eine Schriftstelle so drüber haut. Und du so, das hat jetzt weh dann. Dann war es ohne Liebe wahrscheinlich. Oder du warst nicht bereit dafür. Eins von beiden. Kannst du aussuchen. Aber Liebe ist die Motivation. Und deswegen möchte ich aus dem 1. Johannes 4, Vers 8 eine Definition lesen, die Gott so gut beschreibt. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Umkehrschluss positiv formuliert für uns, die so gern positiv denken. Wer liebt, hat Gott erkannt. Oder wir können sagen, wer Gott erkennt, liebt. Wenn du ihn erkennst, liebst du. Denn Gott ist Liebe. Er hat nicht nur Liebe. Ja, hat er auch. Aber er ist Liebe. Er ist die Liebe in Person. Das ist so stark. Das ist nicht nur ein Wesenszug von ihm. Gott ist Liebe. Das sprengt meinen Verstand. Aber es ist so. Er ist die Quelle der Liebe. Er hat jede Menge Liebe. Aber er ist die Liebe in Person. Und das ist die Motivation für seinen Glauben. Für den Glauben von Jesus Christus. Wenn du siehst, wo sein Glaube in Aktion war, ist immer Liebe die Motivation. Er hat seinen Glauben eingesetzt aus Liebe. Er hat aus Liebe zu ihm gesagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Aus Liebe hat er das gesagt. Weil er durch Liebe motiviert war und sich durch Liebe hat leiten lassen. Halleluja. Wir kommen später auf Seite 2 dann auch zu uns. Aber jetzt reden wir mal über Jesus und seinen Glauben. Galater 5, 6 sagt uns, und den haben wir glaube ich nicht an der Wand, dass der Glaube durch Liebe wirksam ist. Das heißt, Glaube ohne Liebe ist unwirksam. Im ersten Korinther sagt Paulus auch, hätte ich, was weiß ich, hätte ich keine Liebe, dann wäre das alles wertlos. Dann wäre es ein tönendes Erz. Und wenn ich der größte Zampano wäre, alle Bibel wäre, die Bibel in allen Sprachen auswendig kennen würde, hätte aber keine Liebe. Das ist nichts. Ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Aber der Glaube ist durch Liebe wirksam. Halleluja. Danke, Herr. Und der Glaube von Jesus Christus war durch seine Liebe wirksam. Glaube, Liebe, Aktion. So ist es. Amen. Yes, Coco. Go for it. Also Liebe ist quasi der Treibstoff für unseren Glauben. Das heißt so viel wie, ohne Liebe bleibt der Glaube stehen und bringt nichts. Bringt nichts weiter. Aber Liebe und Glaube gepaart. Yes. Die Motivation von Jesus Christus und die wichtigste Zutat seines Glaubens ist seine Liebe. Seine Liebe für dich. Sie ist nicht immer so allgemein für dich. Immer, immer für mich. Yes. Das war so richtig stark heute. David, das war ganz stark. Halleluja. Hat mich sehr gesegnet. Eine zweite Zutat vom Glauben von Jesus ist, dass er gehört hat. Jesus war einer, der zugehört hat. Aber jetzt nicht irgendwem. Wem hat Jesus zugehört? Weil wir sagen, Glaube kommt aus der Verkündigung, aus der Verkündigung Christi. Aber wem hat Jesus zugehört. Dem Vater. Right. Jesus hat seinem Vater zugehört. Im Lukas 6, Vers 12 steht. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und das nicht, weil er irgendwas runterrattern musste, weil er einen Hakel hat setzen müssen auf seine Gebetsliste, sondern weil er mit seinem Vater sein wollte. Er hat es dringend gebraucht, von seinem Vater zu hören. Jesus war eng verbunden mit seinem Vater. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat es gebraucht, hier auf der Erde, um zu dienen, dass er mit seinem Vater dran ist. Es gehört. Du brauchst ihn auch. Schauen wir uns in Johannes 5 noch eine schöne Sache ein. Ich habe vorher gesagt, wo Jesus gesagt hat, nimm deine Matte und geh. Ihr könnt euch an das Rinnen. Das ist diese Begebenheit in Bethesda. Diesem Teich von Bethesda. Der Mann war gelähmt. 38 Jahre. Jesus sagt, nimm deine Matte, ich stehe auf und geh. Und ein bisschen später, dazwischen haben sich die Pharisäer aufgebudelt, weil es war der falsche Tag, die falsche Uhrzeit, die falsche Körperhaltung. Und dann, Jesus antwortet im Johannes 5, Vers 19 bis 21, sagt er, der Sohn kann aus sich heraus nichts tun. Das ist doch interessant. Glaub mal, du kannst auch nichts aus dir heraus tun. Wenn Jesus sagt, er kann aus sich heraus nichts tun, dann gilt das für dich auch und für mich. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und jetzt überlegst du, wie hat das funktioniert. Jesus war im Gebet und hat seine Vision gehabt, wie der Vater den zu dem sagt, steh auf und nimm deine Matte. Wir wissen es nicht. Wir wissen aber, dass er mein Vater war und dass er nur die Dinge getan hat, die er den Vater tun gesehen hat. Das heißt, er war ganz nah am Herzen seines Vaters. Es ist das Vaterherz letztendlich und hat da die Liebe empfangen und die Motivation und hat von ihm gehört und dadurch ist sein Glaube aufgestiegen. Er hat nur das getan. Jesus, wir sind uns einig, Jesus hat dem Glauben gehandelt, oder? Also nicht so, weiß ich nicht, wird es was oder nicht, aber ich lege mal die Hände auf. Das war eher nicht der Fall. Er ging und heilte alle. Jesus war voll des Glaubens. Da sind wir uns einig, das habe ich vergessen zu fragen. Da sind wir uns einig, Jesus war voll des Glaubens, ja. Aber er hat seinen Glauben auch immer wieder aufgetankt, indem er beim Vater war, indem er mit dem Vater Zeit verbracht hat, indem er auf den Vater geschaut hat. Wie ist mein Vater? Wie ist mein himmlischer Vater? Und aus dem heraus sind die Wunder geflossen. Wir sehen immer, wenn Jesus auf den Berg gegangen ist zu beten, danach sind die Wunder nur so geflossen, weil er nah am Vaterherz war, weil sein Glaube aufgestanden ist, stark war im Glauben. Also Jesus, sein Glaube kam auch vom Hören. Vom Hören vom Vaterherz. Du kannst es richtig sehen, wie Jesus sein Ohr auf die Brust des Vaters legt und so richtig gehört auf das Herz des Vaters. Unser himmlischer Vater ist ein guter Vater. Sind wir uns da auch einig? Er ist der Vater des Lichts. Von ihm kommt alles, was gut und vollkommen ist, kommt von ihm. Amen. Ich mag ja diese All-Time-Favorite-Lieder. Wir haben jetzt gerade wieder im Auto was gehört, am Weg hierher und haben gesagt, das sollte man wieder mal singen. Wir lieben so diese klassischen Lieder und eins davon ist Vater des Lichts. Komm einfach am Mittwoch und dann spiele ich es vielleicht. Mittwochsgottesdienste, 19 bis 20 Uhr. Yes. Voll stark. Eine kleine Einschaltung in eigener Sache. Das Schöne ist, dass Jesus das getan hat, was er von seinem Vater gehört hat. Das heißt, er war sehr entspannt eigentlich. Er hat nicht getan, was er nicht gehört hat. Das finde ich so nachahmenswert. Wie oft wollen wir umeinander wurschteln oder nur weil es jetzt logisch scheint. Nicht, dass Logik keinen Platz hat im Leben. Voll super. Aber es ist nicht die letzte Instanz. Jesus hat auch nicht nur nach Logik gehandelt. Er hat gesagt, Arme habt ihr alle Zeit. Und ich meine nicht diese Arme, sondern Arme. Danke. Sondern Jesus hat das getan, was er gehört hat und was dran war. Und das finde ich total beruhigend. Er hat eine enge Beziehung gehabt zum Vater, hat ihm zugehört. Lass uns ein bisschen besser zuhören. Kennst du das? Manchmal redet man mehr, als man gern zuhört. Lass uns auch dem Herrn zuhören. Die dritte Zutat von seinem Glauben, die erste war die Motivation, Liebe. Die zweite war, er war am Vaterherz. Er hat gehört. Er hat vom Vater gehört. Das sind wichtige Zutaten für seinen Glauben. Also die Liebe als Motivation und zu hören, um wirklich Glaube zu haben. Und das dritte ist Vision. Er hatte Vision. Jesus hatte Vision. Und lebe auch du ein Leben mit Vision. Aber mittendrin in Hebräer 12 Vers 2 steckt eigentlich die Antwort. Mittendrin, also hier steht, mitten in Hebräer 12 Vers 2, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz ertuldete. Seine Motivation war jetzt nicht unbedingt das Kreuz. Wir wissen, er ist diesen Weg gegangen für dich und mich. Aber seine Motivation warst du. Seine Motivation warst du. Das war seine Vision. Er hat dich gesehen. Und er ist diesen Weg gegangen durch das Kreuz hindurch. Er hat dich gesehen im Glauben. Er hatte dich noch nicht physisch gesehen, oder? Also die wenigsten von uns konnte er damals physisch sehen. Keinen glaube ich. Er hat dich im Glauben gesehen. Und das ist Vision. Vision ist, dass du auf etwas zusteuerst, weil du es im Herzen, im Glauben sehen kannst und deine Schritte dementsprechend lenkst. Und so ist er ans Kreuz gegangen, unser Erlöser. Halleluja, er hat dich gesehen, er sei löst. Und da gibt es da draußen auch noch Leute, die auch noch Erlösung brauchen. Die sieht er auch schon. Er sieht sie nicht, als die, die irgendwo am Boden liegen, sondern Gott ist ein Glaubensgott. Er sieht im Glauben. Er hat mich schon im Glauben gesehen, lang bevor ich an ihn geglaubt habe. Aber er hat mich gesehen, wie er ans Kreuz gegangen ist. Halleluja. Hier steht, der um der vor ihm liegenden Freude. Er hat sich gefreut auf dich. Glauben, er hat sich gefreut auf dich. Und er freut sich jetzt über dich. Er freut sich, dass du da bist. Er freut sich, dass du an ihn glaubst. Aber er konnte das Kreuz erdulden, weil er gewusst hat, was dadurch passieren wird. Weil er festgestanden ist. Ich meine, Jesus, sein Glaube ist so weit gegangen, dass er sein Leben ausgehaucht hat. Ich meine, das ist Glaube. Weil, ich meine, er war drei Tage tot. Und er hat gewusst, ich werde wieder zu Leben kommen. Also das ist wirklich feststehen im Glauben. Er ist sogar durch den Tod hindurch. Aber warum? Seine Motivation und seine Vision warst du. Er hat dich gesehen. Und all das, was durch dich noch geschehen wird. Er hat gesehen, dein erlöstes Leben. Er hat gesehen, dass du in seinen Plänen wandeln wirst. Mehr oder weniger. Hoffentlich mehr. Mein Herzenschlag ist, dass du mehr davon erlebst. Und mehr davon umsetzen kannst, was er für dich geplant hat. Im Jeremia 29,11 steht es, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe. Spricht er her, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und das hat er gesehen. Er hat das, da kannst du dich jetzt, deinen Namen einsetzen. Er hat gesehen, die Pläne für die Koko, Halleluja, die der Herr gefasst hat. Und er hat sich gefreut. Und er hat gewusst, das wird alles erst möglich werden. Wenn ich das Kreuz erdulde. Wenn ich diesen Kreuzestod für sie sterbe. Für sie zu neuem Leben auferstehe. Damit, wenn sie dann an mich glaubt, in diesen Plänen wandeln kann. So ist unser Gott. Halleluja. Praise God. Er hat dich im Glauben gesehen. Er ist ans Kreuz gegangen, weil er das sehen konnte. Und echter Glaube sieht Dinge, die noch nicht da sind. Das ist eine Zutat von seinem Glauben. Es ist, die Motivation ist Liebe. Er hat seinen Glauben aufgebaut am Vaterherz. Aber seine Vision war etwas, was noch nicht da war. Wenn man sagt oft, dass du jetzt auf einem Sessel sitzt, brauchst kein Glauben. Das ist ja. Aber Hebräer, schauen wir in die Bibel. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht sieht. Die man nicht sieht. Das ist Glaube. Halleluja. Und der Glaube von Jesus, das ist so schön beschrieben in diesem Hebräer 12, der ja direkt nach Hebräer 11 kommt, überraschenderweise, dass da steht, dass die dahinterliegende Freude war seine Motivation. Halleluja. Jesus sprach und handelte im Glauben. Wenn du durch die Evangelien durchliest, sein Glaube ist so, so ansteckend, so attraktiv, weil Jesus gewandelt ist, er war nicht nervös, der ist festgestanden im Glauben. Er hat gewusst, was sein Auftrag ist. Er hat gewusst, was seine Motivation ist. Er hat gewusst, was er damit erreichen wird. Diese Scharren, in der Offenbarung steht, ein gläsernes Meer an Menschen. Diese Millionen und Abermillionen Menschen, die Jesus errettet hat, die ewig in Gottes Gegenwart stehen können. Du und ich, da haben wir dann wirklich Zeit zum plaudern. Ich glaube nicht, dass wir das machen werden, aber schauen wir mal. Praise God. Halleluja. Lass uns Zeit mit Jesus verbringen. Das werden wir zueinander sagen. Isn't he wonderful? Das werden wir sagen. Ist er nicht wunderbar? Ist er nicht wunderschön? Das wird unser Thema werden. Können wir uns schon darauf einstimmen? Jetzt zu dir, zu mir. Kannst du dich entspannen? Jetzt haben wir uns mal den Glauben von Jesus angeschaut, aber was heißt das jetzt für mich? Das ist immer wichtig, dass man sich bei Predigten überlegt, was heißt das jetzt für mich? Nicht, was heißt das jetzt für den da drüben? Sondern, was heißt das jetzt für mich? Wer an Jesus Christus glaubt, ist in Christus. Da sind wir uns einig, oder? Super, muss ich nicht so viel drüber sagen. Großes Genicke. Ja, wir sind in Christus. Wenn er sagt, wir sind der Leib Christi, wir alle, die an ihn glauben, dann sind wir ein Teil von ihm. Und das ist wunderbar. Wir sind alle ein Teil von seinem Leib. Wir sind in Christus. Und im 1. Petrus 1,21, habe ich eine Schriftstelle gefunden, die das so, in meinen Augen, so gut dazu passt. Durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Halleluja. Keine Eigenleistung, schon wieder. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Ich meine, es ist alles von ihm zu ihm hin. Wir fahren einfach mit, oder? Fahr mit. Halleluja. Durch Christus bin ich zum Glauben gekommen. Bevor ich an Jesus Christus geglaubt habe, hatte ich noch keinen Glauben. Aber jetzt habe ich Glauben. Du auch. Wenn du an Jesus Christus glaubst, steckt schon drin, hast du Glauben. Halleluja. Durch ihn. Und deswegen ist Gott so kühn in seinem Wort und fordert dich auf. Er fordert dich auf. Ja, das reicht im Satz. Er fordert dich auf. Markus 11. Ich bin ja nicht ganz da. Markus 11, 22 und 23. Trotzdem bin ich so froh, dass ich da bin. Halleluja. Markus 11, 22 und 23. Habt den Glauben Gottes. Da habe ich jetzt einen Mix aus zwei Übersetzungen, aber ich habe es dazu geschrieben. Der erste Satz, so steht es nämlich in der Neues-Leben-Ubersetzung. Habt den Glauben Gottes. Und das ist am Urtext am nähesten sogar, in dem Fall. Habt den Glauben nach Gottes Art. steht hier. Markus 11, 22 und 23. Habt den Glauben Gottes, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist stark. Da ist ganz viel vom Reden, die Rede. Im Glauben sprechen, auf das komme ich heute noch, glaube ich. Yes. Wir haben jetzt Zugang zu seinem Glauben. Weil wenn er, wenn Gott sagt, habt den Glauben nach meiner Art, dann muss das möglich sein. Und wieder keine Eigenleistung. Reine Akzeptanz. Nimm sie einfach zur Kenntnis, du hast Zugang zu seinem Glauben und nimm sie in Anspruch. Ich meine, er deckt einen Tisch für dich. Du kannst dann vorbeiziehen oder du greifst zu. Ich bin der Zugreiftyp. Zugreifen. Greif zu. Halleluja. Denn er hat seinen Glauben dir zur Verfügung gestellt. Jetzt ist es oft so, dass wir glauben, wir müssen unseren Glauben selber so zusammenkratzen und warum habe ich nicht mehr Glauben? Na, nimm einfach ein bisschen mehr. Nimm einfach ein bisschen mehr von seinem Glauben, weil du hast Zugang. Wenn er sagt, hab den Glauben Gottes, dann hast du Zugang zu diesem Glauben. Lass einfach, lass es dir gefallen. Halleluja. Eigenleistung, ich bin wieder durchgestrichen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ich bin nicht gegen Eigenleistung. Super, Leistung, yes. Super. Aber dein Glaube ist nicht der Leistung. Es ist kein Wettbewerb. Es ist kein Wettbewerb. Deswegen finde ich es auch gut, wenn wir nicht der Prediger, der ist super, dann möchte ich ein Autogramm von dem. Hey, Jesus Christus. He is the author and finisher of our faith. Jesus Christus. So, lass uns über ihn reden. Das ist das Beste. Die Conrad erzählt, dass die Sibylle Knirscht bei der Frauenkonferenz, da hat es so einen Atmosphären-Switch gegeben, wie sie begonnen hat, über Jesus zu schwärmen. Lass uns ein bisschen mehr über Jesus schwärmen. Wenn du nichts zum Schwärmen hast, schau in sein Wort. Beschäftig dich mit ihm. Verbring mit ihm Zeit. So ähnlich wie Jesus es gemacht hat. Ich glaube, er hat uns da was vorgelebt. Dann können wir über ihn schwärmen. Wie soll das funktionieren? Wir schauen es uns an. Wie soll das funktionieren, dass der Glaube Jesus in dir Raum findet? Das Einzige, was es braucht, ist, dass der Glaube Gottes Raum findet in deinem Leben. Also räum ein bisschen auf für die Ordnungsliebenden unter uns. Wie geht es? Hebräer, ich schläge schon wieder im Hebräer 12, 1 und 2. Das ist so reichhaltig, diese Verse. Wir schauen uns 1b und 2 an. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir. Wie tun wir das? Sag es uns bitte, Herr. Bitte. Ah ja. Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten. That's all that it takes. Ich habe keine Frischluft. Hier werden die Jacken gezückt. Ich merke schon. Da werden wir uns nicht einig werden. Wie im Sommer. Im Sommer ist es dann wieder zu kühl. Wegen der, dann ist es wegen... Aber gut, ihr seid ausgerüstet. Warnung fürs nächste Mal. Jacke mitnehmen. Indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet haben, von dem unser Glaube, warte mal, eine Zeit lang abhängt. Nein. Von Anfang bis zum Ende. Halleluja. All that it takes. Alles was braucht, ist unseren Blick auf ihn halten. Das ist doch super. Das ist doch gute Nachricht. Er tat's. Er ist der Anfang. Er ist der Vollender. Er ist alles dazwischen. Wie ich halte meinen Blick auf Jesus. Denn er hat's möglich gemacht. Er hat's möglich gemacht. Wer hat's erfunden? Er hat's erfunden. Und dann können wir durch die gleichen Schritte durchgehen wie er, indem wir schauen, was ist seine Motivation? Wenn ich den Glauben Jesus haben will, dann muss ich schauen, was ist seine Motivation? Was ist seine Motivation für meine Nachbarn? Was ist seine Motivation für, was weiß ich, für meinen Arbeitsgrund? Was ist seine Motivation? Jesus, lass mich sehen, wie du siehst. Wir beten das so gern. Machen wir's dann auch. Lass uns doch einfach genauso auf seine Motivation schauen. Meine ist nämlich nicht immer nur edel. Ich sag's. geb's ehrlich zu. Deine auch nicht. Das sind die, die vielleicht offendet sind. Das hast du vorher schon gewusst. Deine Motivation ist auch nicht immer 100%. Aber die von Jesus schon. Die Motivation von Jesus ist immer Liebe. Seine Motivation ist Liebe. Das ist sein, sein Drive, ist seine Liebe für dich und für die ganze Welt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. Halleluja. Danke, Herr. Ich bin begeistert von deinem Wort. Ich bin begeistert von deinem Wesen. Ich bin begeistert von deiner Schönheit. Ich bin begeistert von deinem Glauben. Ich möchte meinen Blick einfach nicht mehr abwenden von dir. Weil es ist das Einzige, was mich festhält. Und so viele sind verloren gegangen. Wir haben gestern auch wieder darüber geredet. Du bist schon ein Erfolg, wenn du an Jesus dran bleibst. Das kannst du mal glauben. So viele sind verloren gegangen, weil sie nicht ihren Blick auf ihn gehalten haben. Er ist es nämlich, der uns festhält. Es ist nicht unsere eigene, was weiß ich, sondern er hält uns fest. So fix your eyes on Jesus. Halt deinen Blick auf ihn fest. Hänge an ihm wie er an seinem Vater. Hänge fest an Jesus dran und sei so richtig mariniert in seiner Liebe. Marinated in his spirit. Marinated in his love. Sei so richtig mariniert in seiner Liebe. Was passiert mit Dingen, die wir marinieren für uns Salatprofis? Sie schmecken dann sehr danach, wo man es reingeklickt hat, oder? Ja, so ist es. Also lass dich hineinfallen in die Salatschüssel Gottes und lass dich marinieren in der Liebe des Herrn. Ja, das habt ihr euch jetzt gemerkt, schon. Sehr gut. Ich sehe schon den Kalenderspruch. Ja, oder den Post. Das ist das Erste. Das Erste. Wir schauen, genauso wie Jesus es gemacht hat. Habt den Lieben, äh, habt den Glauben Gottes. So wie er. Seine Motivation ist Liebe. Aber hör auch sein Wort. So wie Jesus das Wort gehört hat. Römer 10, Vers 17. Jetzt kommen wir hin. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Jetzt gerade. Passiert Glaube. Weil du zuhörst. Und weil ich vorher gesagt habe, sperr dein Herz auf. Und weil du so gehorsam bist. Hast du es aufgesperrt? Also entsteht jetzt Glaube. Weil ich verkündige das Wort Gottes. Die Verkündigung aber durch das Wort Gottes oder durch Gottes Wort. Halleluja. Das ist der eine Weg, wie du hören kannst, Gottes Wort. Und der zweite ist ein hörendes Gebet. Wer von euch kennt die Herausforderung, dass man manchmal beim Beten mehr spricht als zuhört? Kennst du das? Das ist so blablabla auflegen. Gott holt gerade aus zum Antworten. Hallo? Hörendes Gebet. Also ich kenne es. Ich gebe es zu, dass ich manchmal auch gebetet, abgehakt, super. Ich habe wieder durch die Gemeinde meine Liebsten gebetet, was weiß ich. Erledigt, super. Praise God. Und manchmal beim Rausgehen höre ich dann so, dass ein Gebetskämmelchen rausgeht. Da, ich wollte doch noch was sagen. Also er findet dann schon seinen Weg, aber er macht die Ohren auf. Hörendes Gebet. Wie können wir im Glauben stark werden, indem wir sein Wort hören und sein Wort im Gebet hören? Das ist nämlich auch sein Wort. Wenn er zu dir spricht, ist es sein Wort, offensichtlich. Hörendes Gebet. Und jetzt kommen wir zum dritten Baustein, den ich vorher erwähnt habe vom Glauben von Jesus, ist Vision. Lass mich sehen, wie du siehst, Herr. Lass mich sehen. Sieh mit seinen Augen. Sieh die Welt, wie er sie sieht. Weil uns können so schnell Dinge runterziehen, oder? Also mir geht es manchmal so. Aber wenn ich so sehe wie er, das hilft. Wie geht das? Indem ich auf ihn schaue. Indem ich auf ihn schaue, sehe ich, wie er sieht. Wie siehst du diese Situation her? Bist du auch so nervös wegen dem oder dem? Nein, dann muss ich es ja auch nicht sein. Praise God. Ach so, was anderes ist wichtig. Ja bitte. Danke, dass du es mir sagst. Dann lass mich in die Richtung marschieren, weil du bist das Navi meines Lebens. Sieh, wie er sieht. Und das möchte ich einmal mehr reden. Aber heute schneide ich es nur an das Thema. Dass, wenn wir handeln, wenn wir sehen, so wie er sieht, das nennt man den Geist des Glaubens. Und ich liebe das Thema Geist des Glaubens. Hier haben wir mal zwei Predigten drüber gehalten. Wenn es sich erinnert, das ist schon lang her. Fünf Jahre mindestens. Nein, länger. 2017, glaube ich. Schon sehr lang her. Aber Geist des Glaubens ist so wichtig, dass wir, das ist etwas, was uns ausmacht. Das ist DNA dieser Gemeinde, dass wir den Geist des Glaubens haben. Dass wir voll des Glaubens sind und so auch handeln. Und im 2. Korinther 4, 13 steht, weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, yes, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Ich habe gezweifelt, deswegen habe ich meinen Mund gehalten. Ich habe geglaubt, ich habe geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. Halleluja. Wir haben den Geist des Glaubens. Wir dürfen den Geist des Glaubens haben, wie Jesus Christus ihn hat. Jesus ist im Glauben marschiert und er war überzeugt, Halleluja. Er war überzeugt, dass Gott gute Pläne hat. Er hat nicht genau gewusst, wie sie ausschauen werden. Er hat im Garten gezogen, er hat gehofft, dass es vielleicht irgendwie anders geht. Aber er ist durchmarschiert und es war ein guter Plan, weil im Endeffekt bist du dabei rausgekommen und ich. Aber Milliarden andere, die an Jesus Christus glauben. Halleluja. Er ist der Anfänger und vollendet unseres Glaubens. Schauen wir noch einmal auf Hebräer 12, 1 und 2a. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Interessant ist, dass hier noch gar nicht explizit von Sünde die Rede ist. Es gibt Lasten in deinem Leben, die sind keine Sünde. Es sind Dinge, die vielleicht an dir gesündigt wurden. Lasten, die du mitschleppst, Unvergebenheit, Bitterkeit. Davon ist hier auch die Rede. Wir können das ablegen und auch dann noch die Sünde, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Könnt das wer? Einfach nur lächeln und winken. Die wir uns so leicht verstricken. Die wollen wir ablegen. Das hört sich über das Anstrengende an. Wie soll das gehen? Und ein Wettlauf auch noch. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten. Ich möchte doch den Marathon starten, nach 200 Metern fertig sein. Aber ich bin bestimmt dazu, ein Finisher zu sein. Das hört sich anstrengend an. Nein, ist es nicht. Jetzt kommt die Erleichterung. Das geht, indem wir auf ihn schauen. Lebe dein Leben, in dem du auf Jesus schaust. Deswegen finde ich so leibernd, wollte ich schon sagen, dass wir diese Serie jetzt haben, dass wir so viel über Jesus reden. Let's talk about Jesus. Lass uns unsere Augen gerichtet haben auf ihn. Weil er ist der Anfänger und Vollendere des Glaubens. Und nicht du. Du lass dich einfach mitnehmen. Das ist wie wenn du auf eine Welle draufsteigst mit deinem Surfbrett und wuhu, ist nicht deine Kraft. Ist seine Kraft. Halleluja. Also lass uns Wellen reiten mit dem Herrn. Halleluja. Das ist das Leben, das er für uns hat. Dem wir auf ihn schauen. Was für ein Leben. Du kannst deinen Lauf laufen. Ich kann, will und werde meinen Lauf laufen. Warum kann ich das sagen? Das hört sich das irgendwie stolz an. Nein. Das ist Glaube. Wie gesagt, ich werde dranbleiben. Weil es ist die Gnade des Herrn. Ich werde nämlich meinen Blick gerichtet halten auf ihn. Weißt du, viele Menschen verlassen dich, was weiß ich, lassen dich im Stich. Aber er nicht. Und deswegen halten wir unseren Blick auf ihn. Weil er ist perfekt. Im Hebräer 11 ist diese ganze Auflistung von diesen Glaubenshelden. Und ich habe in meiner ersten dicken Bibel, die ich habe, die liegt natürlich noch zu Hause, das ist eine Luther, so richtig schön mit Goldschnitt und so, haben wir noch mit Schilling bezahlt. Und da habe ich, über diese Überschrift habe ich geschrieben, The Hall of Fame Faith. Das ist so quasi die Ruhmeshalle. Aber eigentlich möchte ich das ein bisschen auflösen jetzt. Das waren ganz normale Menschen. Das steht nicht da, um hier quasi eine Hall of Fame zu haben, so Noah, Abraham, unerreichbar. Jakobus sagt uns, Elia war ein Mann, so wie du und ich. Das sagt uns die Bibel, um uns zu ermutigen. Den ganzen Hebräer 11, wenn du heute noch Zeit hast, lies ihn durch. Das sind Menschen wie du und ich, die im Glauben gelebt haben. Die einzige Zudat, die es braucht, ist der Glaube. Das Vertrauen an Gott, dass du einklingst da und dann kommt Hebräer 12. Überraschenderweise nach Hebräer 11. Es ist für dich möglich, ein Leben im Glauben zu leben. Es ist für dich möglich, deinen Lauf zu laufen in deiner Ehe. Es ist für dich möglich, deinen Lauf zu laufen als Familienvater. Es ist für dich möglich, deinen Lauf zu laufen als Kind Gottes. Lieber David, Lauf zur Gitarre. Es ist für dich möglich, deinen Lauf zu laufen, wenn du deinen Blick auf Jesus hältst. Wie geht das? Ich denke an ihn. Ich spreche mit ihm. Ich bin in seinem Wort. Ich sage immer, das Suna, das Betta. Also lieber früh anfangen. In der Früh vielleicht, wenn es geht. in sein Wort. Typabhängig, ich muss zugeben. Aber sei mit ihm. Schau in sein Angesicht. Schau in seine liebevollen Augen. Lass dich von ihm gesund lieben. Er hat nicht nur Liebe für dich, dass du sie anderen gibst. Er hat Liebe für dich, damit sie bei dir landen kann. Amen. Wir brauchen es. Ich brauch es. Du brauchst es. Halleluja. So können wir unser Leben im Glauben leben. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Du bist der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Danke, Herr. Du bist treu und wahrhaftig. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der da ist und der diese Predigt hört. Danke, Herr, das Glaube aufsteht in uns. Wir sind dafür geschaffen. Wir sind dafür geschaffen. Halleluja. So wie wir vorher gelesen haben im 1. Petrus, durch Christus seid ihr zum Glauben gekommen und durch dich, Jesus, bin ich zum Glauben gekommen. Und jetzt hilf mir, durch deine Gnade im Glauben zu leben. Hilf mir, Herr, mich nicht so viel ablenken zu lassen von den Sorgen des Alltags, von Enttäuschungen oder auch von Siegen. Lass mich nicht ablenken, Herr, sondern lass mich meinen Blick gerichtet halten auf dich. Weil du bist mehr als genug, Jesus. Du bist mehr als genug. Ich bin zu dir dafür, dass du nicht bewährst. Ich bin zu dir, dass du nicht an spoilst. Ich bin zu dir, du bist ein ganzes Zinn, hier bist. Ich bin zu dir, ich bin zu dir. Vielen Dank.